Hallo und herzlich willkommen bei Makalu und gut, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Video. Wir sind immer noch beim DFB-Pokal und heute 19 Uhr spielt ja dann noch Freiburg gegen Augsburg. Und dieses Spiel wollen wir auch vorhersagen und ich denke mal zu 100% werden die Ergebnisse auch stimmen. Was haben denn die noch hier? Bleibst du da? Ja klar. Okay, dann wir auch noch mal loszocken hier. Also ich bin ja Freiburg. Hast du mal mit deinem Rot? Bist du jetzt erster? Hast du den Kontrollladen? Nö, ich mach nisch. Ach du machst nisch? Ich will die Abwehr. Ach so. So, dann werden wir mal anfangen hier. Oder du bist hier, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, du hast nicht wieder gedrückt, Junge. Ich hab ich gedrückt. Natürlich. Heute begrüßen wir Sie an der EV-Lane. Herzlich willkommen. Boah, was ist das jetzt hier? Aha. Achso, ich bin jetzt die komischen, ja, die... Haben wir ja schon gesagt, Kollege. Hallo, ich fängst nicht wieder an, ja. Bye! Habt ihr so lange überhaupt zu verknüpfen? Muss man sich immer wieder reinfitzen? Hier ist immer eine andere Farbe, ja. Oh, ah, 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 ah. So bist du auch fast rot. Fast rot. Ja, kein richtiger Druck dahinter. Und so kann er ihn nicht platzieren. Abraschi. Abraschi. Junge, da wolltest du gar nicht hin. Ah. Nein. Ach, das ist auch so. Hast du noch gekriegt? Ja. Ach, du bist ein alter Koks, Junge. Ach, für ein Junge, ey. Siehst du immer, sie fahrt, aber nur vor mir. Siehst du, Junge, ist es Spiel immer mal nicht neblig hier, dann nebelt der uns voll hier. Das kann ich auch nicht mehr. Aber abseits, abseits. Wer, wer, Werner. Du wurscht. Werner, lass kesseln. Werner, was los ist mit dir? Hast du da gesehen? Jungs, wo seid ihr? Ey, wo spielt denn der hin, hier? Und wir, das gleiche Spiel. wieder im rückstand warum auch nicht okay das war jetzt irgendwie schlecht vom kieber oder von so weit hin ist der noch drin jetzt müssen wir aufpassen es war ich denke den trinken aber auch nicht hier das war es war es es sind doch er liegt noch hat nicht gemacht ich dachte jetzt schon da jagt er mich erst mal um komm doch mal, komm mal den Ballspiel daraus den Ball kann er abfangen nein, das war jetzt richtig müß hast du das gesehen? ja, ich werde immer besser jetzt mache ich mir jetzt schon mal ein Tor immer pro Spiel weiter soll ich das könnte gefährlich werden und den spielt er gleich wieder zurück den Ball hat er da wollte ich doch überhaupt nicht hin weiter weiter komm, hierher, hier alter, okay, Mist ja uuuhhh uuuhhh uuhhh da kam der Pass fliegt ja, hallo, ich habe hier schlafen ich glaube, es muss sein Abrasch später, wo ich möchte und damit sind ja auch mal Altingfond Tja in diesem Fall wobei die da ja klar Mutu auf Murmeln auch ich hätte diese schließen jetzt wieder so hart der muss einstellen Miedermann droht oben die Lärmste ziehlen die Hatschicht in den Sonnen es muss nur trocken wo Flucht und Züge nicht, ja. Was dich schon gefreut war. Ja. Wird jetzt gefährlich. Ach, super. Du musst ja auch nicht machen. Junge, du kriegst nach dem Spielball, brauchst du hier nicht jetzt klauen, ja. Werner, 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 du in der Wurst. So, natürlich, kein Problem, er holt sich den Ball. Nein. Schieß doch nicht immer so weit, da willst du doch nicht. Nils Peters. Philipp. Larm. Alter, das ist doch sowas von bescheuert. Was macht denn der? Altitor. Ach, komm mir auf, ey. Ich freue mich mal über ein Tor und dann lose ich schon, wird er ab, ja. In der 45. Minute. Wir sind schon der 45. Lass ihn mal rein, Junge. Klar. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und jetzt die Unterbrechung. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden, das... Haha. Lass ihn liegen. Tritt sich fest. Da unten. In der Ecke, bei dir. Was denn, wo ich jetzt in der Ecke bin? Da unten in die Ecke. In der Ecke. In der Ecke ist der ganze Ausrunde, Junge. Was aber denn hier? Das habe ich nicht mehr gesehen, was das war. Habe ich gehen. Rv. Ja, das ist ein Rv. Ok, ok. Ähm. Kreis. Na gut, das ist ein Spieler, ja. Jetzt zieht die Luzi ab. Der verletzte Spieler hat jetzt das Spielfeld verlassen. Und die Partie wird mit einem Schiedsrichter verkommen. Und, schau zu. Aber sie müssen... Fetzen sich ja wohl schenken, leider, 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 leider. So, und warte geht's ja. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Ah, geh weg. Wo schießt denn der? Oh, da war er dran gewesen. Sonst wäre er dran gewesen. Oh. Da war richtig geil. Nein. Ey. Ja! Mein zweites! Was ist los? Mein zweites Tor. In ein Spiel. Das ist ja Wahnsinn. Oh, der passt aber ganz genau. Also drei Zentimeter höher. Da geht er an die Latte. Ja, klar. Komm, hör auf zu spinnen hier. Wird das doch schon neuer auf den hier? Oh, Leute. Warum dies? Und, ja, wir haben ihn umgekehrt. Das ist nicht los. Oh, das ist ja nichts. Deswegen ist er einfach so zu promised. Als in die Schacht ciao fliegt. Nein, 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 nein. Ich bin auf 4. Au, nein, nein, nein! Ich bin auf 4. Und das ist ja a匠, zumindest mal 7. So, ich bin auf 4. Da ist nicht auf die ganze Zeit vor. Das war aber knapp. M-Matte. Komm, jetzt bin ich hungrig, jetzt will ich noch eins. Das klaut doch mal'n Ball. das war einmal falscher Knopf ich blöde schweinig komm ich mir mal so vor, fängt doch mal ne Chance ja, ist der bekloppt ja, mein drittes ich werd wahnsinnig ich werd wahnsinnig 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 ok was haben die für comeback qualitäten sie holen ihr sich in den Ausgleich sie treffen zum 3 zu 3 und gestalten alles wieder offen muss ich nicht gleich weinen muss ich so ein bisschen länger aufbleiben hey, hätte ich doch sowieso lange aufbleiben pff, was ist denn das? jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr kleineres Spiel ist Feierabend ist es Nesterfreundchen ohne Armbrust nur ein paar Spiele-Spieler du spielst du? äh, weißt du, ich freu mich hier wie Lumpi ist doch nicht mal Kaffee hier das ist ja beide ein Offensiv-Spektakel das ist ja Kaffee, sag mal naja, Kaffee wie gezeigt Lebo dein Ort hier ich mein ja jetzt hier die Spielzeit ach so ooooooooh was, 63? da kann ja noch was gehen wenn ich mal die Murmel kriechen würde hier jetzt geht es ja wie bei euch, jo hin und her, jo nein, abseits abseits er versucht's, aber der Ball geht doch weit vorbei wir hatten ja vier Tore anstrengend, Leute ruhig bleiben immer schön ruhig bleiben ey, wo hat der hin geschießt? ist das blöd? ist das blöd? so noch nicht? griffo das kommt einfach mal von der Seite noowww booh Gidibel im Grunde dass der corrupt rechten Niveau vor stand denn da noch so ein festen das war dein mann ohne von mir jedenfalls hallo sehr gut nein 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 soll ich jetzt schon ein bisschen er hat klar wird er wird nicht nur bis zum schluss für vier ist es wird er gewöhnt in der folge sehen wie er hier viele Tore weitergehend voll vollsten der Form aus der Bersche doch was machten und für den Weg wobei die Was hat mich gemacht? Bist du das selber nicht mal? Ungefähr die Aktion, kein Problem für den Torwart. Ein Schick. Ey Leute, könnt ihr mal aufhören mit so Scheiß? Ohhhh... 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 Krise hier. Kriegt eine Krise. Ohhhh... Doch das kann doch wohl nicht machen. Sechs Minuten haben wir hier noch. Philipp. Die werden wohl nicht ausreichen. Grifo. Da was da offen geht dazwischen. Halt ihn doch. Ohhhh... Leute, ihr müsst doch mal mit drin hier. Philipp. Philipp Lahm spielt auch mit. Nils Pedersen. Nils Pedersen. Nils Pedersen. Nils Pedersen. Chuch. Schmolz Haken. Uweid auch. Wohliju oder Eier Gipal. Moa Schia. Moa Schia. Moa Schia. Moa Schia. Der Rebbild sich dadurch kann ich wahr sein. Klasse ausgebacht von Torwart. Den Nudeln zieht sich dadurch. du ich das war ein geiler Pass Mensch, spür doch mal ordentlicher Wo schießt der jetzt hin? Habe ich jetzt nicht verstanden Ja, wirks noch nicht! Oh, vierte Tor! Alter! Wie viel habe ich? Fünfe? Fünfe Ne, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit Oh, was ist denn? Oh, jetzt war es jetzt Leute, das war jetzt ein echter Kampf Vier Tore habe ich geschossen, das kann man sich aber nicht vorstellen Tropfen verloren Ich vollpfosten, vier Tore Ja, trotzdem verloren, trotzdem verloren Ich muss mal aufs Klo Alles klar, wir bedanken uns fürs Rennschalten Bis zum nächsten, tschau tschau Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal